Ihr lasst den Ball auf der Netzkante tanzen, indem ihr im Sprung spielt. Wir machen hier Angriffe auf selbst angeworfenen Bällen. Hinter dem Ball bleiben, hinter dem Ball und dann geht es auch hier, um nicht gerade abzugreifen. Das Einzelspieler sitzt hier drauf, Oberkörper aufrecht, rechter Fuß leicht vorne, der andere steht, du wirfst mir einen hohen Ball und ich spiele ihn dir zurück. Stabiler Körper, nicht nach hinten ausweichen, einfach im Sitzen, Ausschaltung der Beine und ich spiele den Ball zurück. Mach das zehn Mal, bleib ruhig dann da hinten und dann wechsel. Das machen zwei. Ihr spielt mit einem Ball und zwar sind immer beide Spieler hinten. Ihr macht dann den Läufer-1-Bewegung, sobald das Ja kommt, macht ihr Läufer-1-Bewegung. Geht hier vor, öffnet euch zu eurem Spieler, dann kommt der Ball, ihr spielt den Ball zu und wir machen das miteinander. Okay? Mal auf Anna. Ich sagen, ich sagen. Ja! Oder für, ganz ans Netz bewegen im Läufer. Lauter sagen, Anna. Ja! Versucht mal im Reden miteinander, dass ihr das für sagt. Sobald ihr wirklich seht, der Ball kommt auf euch, sagt ihr das. Nicht erst, wenn ihr den Ball nehmt, dann ist es zu spät. Und der Zuspieler wirklich, dass der dann Gas gibt, schnell zum Netz läuft und die Füße ins Feld dreht. Ja, nicht hier einen Meter weg vom Netz, sondern ganz schnell ans Netz. Kannst noch näher ran, gut. Über, weiter. So, schnell laufen. Ja! 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 Ja!